Ich glaube ich habe ihn gesehen, warte mal. Jupp, direkt vor uns. Ist der Stört. Klaue, nach hinten weinten. Sehen! Stopp, weiter links, auf Ost. Stehen bleiben, Kirk. Also ich habe jetzt einen Rückwärtsgang drinnen. Ja. Weil nach vorne komme ich ja in die Wegwege, weil wir irgendwo festhängen. Passt er durch. Ein Stück Rückwärtsfahren. Jupp. Warum hat er jetzt in den Park angeschaltet? Stopp. Jetzt wieder geradeaus fahren. Jupp. Da ist nämlich nach links noch ein bisschen Platz. Na komm, jetzt schalte ich in den ersten Gang gebürtet. Infadief raus. Frost. Jetzt links ab. Die Straße... Ja. Ja. Das Kinder. Ah, scheiße. In der Not fährst du ein Stück Rückwärts. Oh, du brauchst sie einfach durch. Oder wir fliegen ein wenig mit dem Panzer. So, wir haben auf Defend Panzer. Panzer 4. Wo? Auf Defend Mark. Auf 1, 3, 0. Geradeaus durchfahren. Ja. Und dann die Wanne auch aufzudrehen. Also Kanone auf 0 lassen. Ja. Dreh ja schon wieder zurück. Solange irgendwie nichts anderes sagt die Kanone einfach auch als 12 flissen. Eindrehen, Kirk. Bin dabei. Okay, weiter geradeaus fahren. Kanone jetzt ein bisschen nach links, weil da soll hinter der Hecke sein. Ich glaube, da hinten war hinten. Sehen. Stopp. Weiter links. Auf Ost. Stehen bleiben, Kirk. Steht. Zaun getroffen. Nochmal. Warte. Bitte. Ah. Upp. Schon wieder Zaun. Ich bin da drüber. Okay, Kirk. Rechts ab. Also auf 1, 2, 0 fahren. Jo. Geradeaus zu fahren. Da ist wahrscheinlich wieder so eine schöne Hecke. Also Zaun, den man nicht sieht. Wettergang schneller oder? Wettergang ruhig. Ist drinnen. Gehen zwischen links halten. Müsst du jetzt eigentlich irgendwo vor uns sein, oder? Ja, beinahe geradeaus fahren. Der ist da in der Hecke drin wieder. Fahr jetzt links. Links rumdrehen. Jetzt links. Okay, jetzt rechts. Rechts rumdrehen. Direkt vor uns. Der bringt schon. Schöner Treffer. Kirk hinterher. Jo. Oh, scheiße. Priya, auf rechts eindrehen. Ja. Kirk rechts. Ja, dann stehen wir vor der Ecke. Ja, weiter rechts. Weiter rechts. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber es sieht interessant aus. In etwa links rum. Ja, jetzt ist sowieso so, dass er von der Ecke hängt. Hm. Ja, er sollst nach rechts schauen, weil ich das Vermutung hatte, er würde rechts hin und um uns herum fahren, aber tat er nicht. Kanone wieder auf null. Ja, der zweite Schuss muss sitzen, aber ich bin nicht so geübt drin. Und vorwärts fahren. Jo. Beobachten ist er. Sehen beobachten mal, kann ich wusste von uns. Heute das erste Mal. Weiter geradeaus fahren. Kirk links. Also jetzt gleich links ab, ja? Jetzt links, ja. Achso, ich hätte mal eine HE laden sollen, wa? Nein. Nein. AP ist für Panzer schon richtig. Okay. Das lerne ich noch. Hier geradeaus links vorbei. AP steht für Anti-Tank. Anti-Panzer. Ja, AP, ja, AT, bald. Aha, okay. Ja, ich wurde gerade im Chat aufgeklärt, äh, vom Chat aufgeklärt, dass HE gegen Infanterie ist. Wollang? Ähm, rechts halt. Ist er Graben vor uns? Jo. Da ist irgendwo ein EKW. Ist unser EKW. Okay. Annie, ich hör dich kaum noch. Ja, du bist ganz leise. Ich glaub ich hab ihn gesehen, warte mal. Jo, direkt vor uns. Ist der stört. Wollang? Links rum, jetzt. Ria mitdrehen. Kirk links. Jetzt hast du mich ver- Feuer! Sehr schön. Hast du aber kein Tank? Nö. Aber es war trotzdem. Hier, du hast eine schnellere Reaktion als Shoda. Wenn ich's bei Shoda sag, Feuer, braucht aber noch zwei Sekunden. Oh, dankeschön. Annie, ich seh grad nach vorne, nix bis auf'n Truck voraus. Ich mach mit mir. Weiter. Hopp. Ich war grade mit den Nodes beschäftigt, ob da wirklich drei stehen oder ob da ne gar nicht ist. Warte mal, schalte der jetzt mal bitte runter, danke. Aber der Tschpakke ist jetzt ähm... Der ist gar nicht mal lebig. Da! Das war ein Treffer, wa? Den konnte ich auch nicht verfehlen. Das ist auch so spät zu sehen gewesen, da waren wir ja fast dran. Und mit dem Ding mitfahren und dann da Infanterie... äh, da an der Mauer reinstellen. Nicht Infanterie. Ähm, welche Ausrichtung an der Mauer? Zum nächsten Hardcap. Nach Gute-Harras. Jo. Also quasi so. Du, der Haras ist mehr auf Südost. Wo ist denn Südost? Warte mal, jetzt muss ich mich kurz selbst orientieren. Ah, da. Noch ein bisschen weiter vorfahren. Ja, ich bin grad auf'n Runterschalten wegen rückwärts. Ich werd' jetzt einfach rückwärts ein Stück äh... So, wir hören den Luchs. Vorwärts fahren. Auf Ostlicht noch ein bisschen. So, der Luchs soll 300 Meter vor uns sein. So. 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 Ist das ein Obstbaum oder ist das ein... Das ist kein Obstbaum. Schießt hier gerade Infanterie auf uns mit kleinen Kaliberwaffen? Ja, ja. Direkt vor uns. Ja, die. Feuer. Der da. Feuer. Wo lang? Rechts rum. Und dann wieder links. Jawoll. Infanterie voraus. Schieß. Du hast ein eigenes. Da hast du noch eine Lücke. Ich hab' mir gesehen. Bisschen weiter rechts. Und stehen bleiben. Auf ping. Feuer auf pingen hier. Auspost ist zerstört. Weiter nach 8-7. Weiter drehen. 8-7. Vor uns ist Infanterie. Ich kann mit dem Embo-Auto-MG nicht drücken. Ja. Ah, ich drehe. Ich drehe. Ich drehe. Ich drehe. Nebel ist vor dir. Einfach mal da reinfeuern. Nochmal. Lux jetzt auf Ost. Soll ich mal aussteigen und reparieren oder? Ja, mach mal. Gut. Schöner Treffer. Jetzt wieder ein bisschen links ziehen. Jetzt kommt er wieder raus. Auf 8-7. Lux zerstört. Lux zerstört. So, ich kann leider nicht. So, einmal. Ne, das wurde schön. So, einmal. Der ist weg. So, um ist wieder heile. Ja, der. Hier ist es weg. RIA, Infanterie auf 70. Der wird glaube ich auch hinter dem Panzerschütze. Ich muss eigene Infanterie hinter dir. Alles klar. Kommst du nicht mehr ran? Ich drehe, ich drehe, ich drehe. Panzer ist heile, ich steck wieder ein. Ich steck wieder ein, genau. Wie soll ich fahren? Kirk, äh, vorwärts rechts. Kirk, wir fahren weiter vor, wir fahren in den Hardcap. Jawohl, ich muss jetzt mal wieder den Vorwärtsgang schalten. Ja. Ja, zerholt. Okay, stehenbleiben, wir fahren wieder zurück. Rückwärtsgang wieder rein. Wir werden gerade gefliegt. Viel Infanterie, Nord-Ost. Nord-Ost drehen. 2, 2, 1, stehenbleiben. Panzer steht. Nord-Ost eindrehen. Also Nord eindrehen. RIA. Da. Da crowdt jemand. Okay, wir haben Panzermarkt hinter uns bekommen. Vorwärts, rechts, ab. So. Ja, ja, wir müssen erstmal wieder den Vorwärtsgang schalten. Wo ist er denn? Ich habe ja im Raum. Der ist direkt hinter uns. Rechts ab, jetzt. Ist das nicht ein Obstbaum neben uns? Genau. Ja, weiterfahren, dann rechts ab, weil wir haben ihn hinter uns. Ja. Mit wem, dem Panzer oder? Den gegnerischen Panzer, ja. Weiter drehen, weiter, 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 weiter. Ich drehe, ich drehe, ich drehe. Jetzt geradeaus fahren. Achso. Wieder auf 0 drehen, RIA. Ja. Stopp, stehenbleiben. Panzer 4. Direkt in der Hecke. Auf 1, 5, 8. Da dauert es noch. 1, 5, 9. Kirk, Stück vorfahren. Jo. Panzer 5. Jetzt 1, 6, 2. 1, 6, 2. Kirk, dritter. Toll. Ich habe ihn nicht. Der Gang ist drin. Wo lang? Äh, rechts halten. Hier geradeaus erst mal, RIA, bisschen rechts eintreten. Ich glaube, wir haben ja von AT, hinten erst geschossen. Wacht, hier schießt überall AT rum. Ja. Ja. Rechts rum, jetzt, rechts rum. Weiter rechts, weiter rechts, 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 rechts. Geradeaus zu RIA, jetzt auf der Straße, direkt vor uns. Hä? Tut, hä? Können wir geradeaus fahren? Ich fahre geradeaus. Ja. Achtung, Panzer, Achtung, Panzer. Nachladen. RIA, jetzt nach rechts drehen, bisschen. Soll ich hinter der Kauk gleich nach rechts drehen, oder? Ja. Bisschen mitdrehen. Okay, weiter geradeaus. Er ist direkt hinter uns gleich. RIA, schon mal weiter rechts eindrehen. Ja, 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 jetzt drehen, 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 drehen. Wo soll ich lang? OPS links. Nee, wo ist er jetzt hin? Muss ich jetzt versuchen. Weiter geradeaus, weiterfahren. RIA, ich bin dabei. Der Bobber kann uns gerade nicht spielen. Unser Turm ist beschädigt, ist jetzt gehört. Ah, der ist hinfaut. 82 Grad, Drehung. Bin dabei. Und... RIA? Ja. Auf 281. Auf MG-Feuer. BAKAM, BASER. Ja. Stopp, warten. Infanterie, die kämpft, die überall. Wir ärgern die Entgrafung. Wir sind in den Waffengruppen. Kirk, wenn du kannst, einmal reparieren. Jawoll. Lieg hinterm Panzer, reparieren. Ja. Ja. Dreh, rechts. Auf 29. Auf 29, genau. Nimm dein Board-MG. Zieh auf die Infanterie. Wie meinst du das Board-MG? Direkt im Auslast. Weiter rechts. Okay, RIA, einmal auf 294 eindrehen. Schuss halten. Bin ausgefallen. Also ich gehe davon aus, wir wollen nicht mehr ankommen. Deswegen kannst du jetzt fahren und los. GG. Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir nicht mehr ankommen. Okay. GG. So. Ich die Lachtante. Oh Gott, jetzt muss ich wieder... Ja, wartet, 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 wartet. Wohin hatte ich... Dann mache ich jetzt mal Anni. Ich danke euch, dass ich immer eure Punkte kriege. Wenn ich es zweimal machen muss, ist ja ärgerlich. Die meisten Punkte unter dem Team. Ja, wir haben das Kampfstärkste-Spot. Woohin. Oh. Oh. Oh.